Zur Navigation springen zur Suche springen Hans August Hermann Leibelt war ein deutscher Schauspieler. Leben als Sohn eines Lehrers bei Leipzig geboren, besuchte er das Gymnasium in Leipzig und lernte nach der Schulzeit an der höheren Weber-Schule Textilkaufmann. Er arbeitete dann als Volontär in einer großen Dresdner Weberei. Leibelt entschloss sich jedoch, Schauspieler zu werden und nahm in Leipzig Schauspielunterricht. 1903 debütierte er am Theater Eisenach, spielte so dann in Eschwege, von 1905 bis 1919 unterbrochen vom Kriegsdienst, am Leipziger Schauspielhaus, von 1920 bis 1922 am Hessischen Landestheater Darmstadt und von 1922 bis 1925 an den Münchner Kammerspielen. 1928 kam er nach Berlin und spielte dort bis 1944 am Staatstheater. Leibelt übernahm am Theater zahlreiche Rollen, darunter 1922 Friedrich Murk in der Uraufführung von Trommeln in der Nacht an den Münchner Kammerspielen, 1928 Dreißiger in die Weber, 1929 den Bürgermeister in König Johann, 1932 Jetter in Egmont, 1935 den Herzog in Zwei Herren aus Verona und 1937 Lachmann in Michael Kramer. Nach Kriegsende sah man ihn 1945 am Häppeltheater als Braun in der Dreigroschenoper. Im Jahr 1923 drehte er seinen ersten Film, Mysterien eines Friesiersalons, danach wurde er häufig für Nebenrollen engagiert. Häufig spielte er, wohl aufgrund seiner Leibesfülle, Väter, Onkel, Diplomaten und Direktoren, wie 1944 in dem Film Die Feuerzangenbowle den Direktor Knauer, genannt, Seuss. Später sprach er noch für die Sprechplatte die sächsischen Miniaturen des Feuerzangenbowlen-Autors Hans Reimann. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah man ihn unter anderem am Deutschen Theater Berlin und am Westberliner Renaissance-Theater. Er verlor aufgrund der schlechten Versorgungslage der Nachkriegszeit stark an Gewicht, so konnte er 1946 in dem DEFA-Trümmerstreifen irgendwo in Berlin den abgemagerten Maler Eckmann darstellen. Nachdem er wieder zugenommen hatte, spielte er in vielen Unterhaltungsfilmen wie Das schwarze Schaf oder Max, der Taschendieb mit. Im Jahr 1962 erhielt er das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Im gleichen Jahr wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Erst 1970 mit 85 Jahren, beendete er seine Karriere. Leibelt setzte nach dem Krieg auch seine Theaterlaufbahn fort und spielte unter anderem 1947 im Theater am Schiffbauerdamm den Fregattenkapitän in Friedrich-Wolfs-Drama Die Matrosen von Katarow oder 1966 am Thalia-Theater Hamburg den Hausarzt in der Meteor von Friedrich Dürrenmatt. Er stattete seine Rollen stets mit einer ihm eigenen feinen Ironie aus. Der einstige Uferstar lebte nach dem Tod seiner Frau seit 1950 mit der Schauspielerin Hilli Wildenhain, einer Tochter des Schauspielers Bernhard Wildenhain, zusammen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in einem Münchner Altenheim. Nach einem Sturz wurde ihm ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Er starb etwa ein Jahr später nach zweiwöchiger Bewusstlosigkeit. Seine Asche wurde in einem Urnengrab des Münchner Ostfriedhofs beigesetzt und später auf den Bogenhausener Friedhof überführt. Das Grab ist seit 2017 aufgelassen.